Musik Bei meiner Tätigkeit im Krankenhaus ist Perfektion ein absolutes Muss. Für eine Operation braucht man handwirkliches Geschick, genauso wie umfangreiches Fachwissen. Das gleiche gilt für mich auch bei meiner Arbeit in der Kfz-Werkstatt. Bei meiner Arbeit ist mir das Gespräch mit den Patienten sehr wichtig, damit wir gemeinsam am Gesundwerden arbeiten. Dabei mache ich meine Aufgabe konzentriert, genau und einfühlsam. Ruhe, Konzentration und Genauigkeit brauche ich auch für mein Hobby, den Bogen schießen. Alle Patienten sind individuell. Auch beim selben Eingriff unterscheidet sich jeder Patient vom anderen. Die Anästhesie liefert mit den hohen Standards, welche bei allen Patienten angewendet werden, ein höchstmaß an Sicherheit. Auch in Ophel-Situationen sind die Abläufe gut eingübt und werden orchestriert abgearbeitet. Aber auch jede Stimme ist individuell. Wenn alles gut eingübt ist, sind die Abläufe klar und das Ergebnis ist harmonisch. Wenn man erfolgreich sein will, braucht man ein starkes Team, auf das man sich verlassen kann und dem man vertrauen kann. Auch privat bin ich ein Teamplayer und weiß, dass ich auf meine Kollegen immer zögen kann. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020